Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Bloons Tower Defense Nummer 6. Heute geht es weiter mit Maps fertig machen. Und zwar haben wir hier noch nichts gemacht. Da wurde ich hin. Mittel, Abplatz-Ulypse und rein. Jetzt muss ich mal gucken, was war das noch? Immer stärkere Bloonwellen und keine Pause am Ende einer jeden Runde. Wie weit wirst du es schaffen? Hinweis, gespeicherte Spiele starten, sobald du spielen willst. Okay. So, dann fangen wir an mit dem Kollegen hier. Hä? Gut, dann fangen wir an mit dem Kollegen hier. Ja, wir kriegen das hin, oder? Stimmt. Bestimmt, kriegen wir das hin. Easy. Kriegen wir ganz easy hin. Pew, pew, pew. Gut. Pew, pew, pew. Mhm. Pau, pau, pau. So, kriegen wir noch eben Benjamin gebaut, damit ich ein bisschen Einkommen habe, neben dem Einkommen, der da schon ist. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der überhaupt... Es gibt ja keine wirklichen Runden hier. Doch, das klappt. Okay. Alles klar. Me, 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 me. Okay. Doo, 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 doo. Gut. Sss, sss. Was meint ihr? Scharfschütze, ne? Ja, doch. Den machen wir. Putz, putz. So. Jawollo. Als nächstes bauen wir noch irgendwas richtig schön Starkes. Dann nehme ich den Sniper Wino Dude. Den setzen wir hier hin. So. Wir gehen auf Stärkste. Machen erstmal den. Putz, putz, putz. Putz, putz, putz. Putz, putz, putz. Putz, putz, putz. Ja, sie haben alle keine Chance Das begrüße ich So Dann wird das auch schon Als nächstes Möchte ich was gegen die Ganz komischen Leute haben Und deswegen stelle ich den hier hin Dann gehen wir Komm, mach schnelle Produktion Gut Noch schneller Ja Ich muss den 3 an meinem Peso erneuern Ja Als wenn man da dran denkt Dann gehen wir mal klar Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020